Was guckst, was guckst, das Gäse in den Wuchs? Wenn man was zahlt, seh, denk mal drüber nach. Glaub doch, die drinnen hier in der Uhr, oder was? Guck mal, Sperg, dein Hund, der Oberhals. Kommen auch wieder Westerzeiten, ne? Morgen, hören Sie mal. Ist das ein Nierenstein oder eine Galle? Und sagen Sie mal, fällt das jetzt unter Edelstein oder Halb-Edelstein? Komm, ist gut, mach weiter. Komm, Sperg, wir gehen erst mal an den Törfeln hier. Hören Sie mal. Was dagegen, wenn ihr mir mal eben eine anstickelt? Kommen Sie, ich hab gefragt. Ja, hier ist das ungesund, vor allem hier auf Innere. Wie, ist nicht die Innere. Oh, logisch, denn? Hören Sie mal, ich hab hier noch keinen einzigen U gesehen. Ein paar schräge Vögel schon, aber kein U. Oh, und natürlich nachträule Beärte, weil ich mach immer so komische Sammlungen mit so einer Pfanne, oder? Aber diese Sammlung, die möge ich nicht geschenkt, dann. Okay, wir gehen erst mal an. Wissen Sie, was? Eure Antwort, die ist mir sowieso so weit von scheißegal, hier ist ich, ja, wo ich bin, ist Raucherette. Komm, Sperg, wir gehen auch an. Wir müssen weiter. Komm, Sperg, wir gehen auch an. Untertitelung des ZDF, 2020